Aber vor allem sind es die Völker, sind es die Glaubensgemeinschaften, sind es die Menschen vor Ort, die diese Revolution vorantreiben. Und vor allem ist es die Freundschaft der Kurdinnen und Kurden mit den Araberinnen und Arabern, die diese Revolution vorantreiben. Deswegen freuen wir uns besonders, dass jetzt ein arabischer Genosse aus Syrien eine Rede auf Englisch hält. In the name of Syrian Democratic Council on my name, I want a very little, a very short letters, I want to say a very little letters. Erdogan is another face of Assad, is dictator. Afrin will stay stable, strong, and will defeat the barbarian Turkish invasion. Body massivation and women contempt is the tradition of the extremist groups which fight beside Erdogan. We want the world to stop against the attack of the experience of the democratic community in Afrin. We want the world to stop the Turkish army which destroys the movements and the elements of the human experience in Afrin. in Afrin, in Afrin, in Afrin... In Saudi Arabia. zwischen den Araben und der Kürten, die sie und die Verkaufung der Verkaufung der Demokratie in Afrin und in Syrien ist. Deshalb ist Erdogan, wie sie diese Herausforderungen sind. Diese Herausforderungen werden die Sicherheit und Verkaufung für den Scherquen. Sie werden die Verkaufung für die Freiheit und die Freiheit geben werden. Sie werden die Verkaufung für diese Verkaufung für diese Verkaufung, die die Verkaufung der Verkaufung, Die Menschen mit den Arduganien und den Asadien in den Arduganien betreuen. Wir bedanken uns bei unseren arabischen Genossen. Die Freundschaft der Kurden und Kurden mit den Araberinnen und Arabern wird im Mittleren Osten befreien. Die Freundschaft des kurdischen Volkes mit dem arduganischen Volk wird die imperialistischen Mächte aus dem Mittleren Osten rausschmeißen und Freiheit, Frieden und Sozialismus aufbauen. Herr Müschi! Hoch die internationale Solidarität! 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 Hoch die internationale Solidarität!